Wenn du in Blender verschiedene Objekte bauen möchtest, dann brauchst du sogenannte Meshes, geometrische Formen in 3D wie dieser Würfel hier. Und diese haben im Edit Mode sehr viele verschiedene Funktionen. Ich gebe heute einen Überblick darüber, was sie tun und wie du sie anwenden kannst. Ich bin der TrulyMostWanted und du siehst die vierte Folge von Blender 4.3 in 10 Minuten erklärt. Lass ein Like, damit es dir gefallen sollte, abonniere, wenn du mehr sehen möchtest und schreib im Laufe der Folge gerne Feedback und Fragen in die Kommentare. Und jetzt geht's los! Die einzigen im Edit Mode bearbeitbaren Objekte sind Meshes, eben Objekte wie dieser Würfel hier. Letzte Folge hast du schon kennengelernt, wie du sie einfügen kannst. Indem du hier oben über das Add Menü hier das Mesh auswählst, dann hast du alle grundlegenden Formen, die du nutzen kannst und von da aus kannst du weiterarbeiten. Wir nehmen jetzt mal hier diesen Würfel und gucken uns an, was möglich ist im Edit Mode. Zum Wechseln da rein kannst du einfach Tab drücken, dann bist du im Edit Mode oder du gehst oben links im Blender hin hier und wechselst von Object auf Edit Mode. Außer du hast noch das Kuchenmenü aktiviert, dann einfach Tab gedrückt halten, die Maus bewegen und hier auf Edit Mode gehen. Im Edit Mode bearbeitest du die Daten deines Meshes. Was ist eigentlich ein Mesh? Ganz simpel erklärt, ein 3D Körper, bestehend aus Punkten, Kanten und Flächen. Was dir direkt auffallen dürfte, du hast weitaus mehr Einträge hier oben in der Menüleiste. View, Select und Add, das kennen wir noch von vorher, denn unsere View verändern, Sachen auswählen oder eben Objekte auch hier im Edit Mode einfügen, das geht. Aber jetzt hast du hier eben Mesh, Vertex, Edge, Face und UV und diese hier ist nochmal deutlich interessanter und bilden auch die Funktionen, die hier sind, ab und noch viel, viel mehr. Um Daten an deinem Objekt auszuwählen, wie eben Punkte, kannst du wie gewohnt einfach eine Box ziehen oder irgendwo draufklicken, um Sachen direkt auswählen zu können oder auch mit Shift und Linksklick mehrere Objekte in deinem Auswahl aufnehmen und auch hier gilt, das zuletzt ausgeklickte Objekt ist ein aktives. Genauso kannst du auch hingehen und einen Punkt wählen und mit A alles auswählen oder mit Alt und A alles abwählen. Ebenfalls wie im Object Mode ist ein Punkt ausgewählt oder mehrere und du kannst mit STRG und I die Auswahl invertieren. Was aber im Edit Mode wiederum neu ist, wenn du einen Punkt oder eine Fläche auswählst, kannst du von diesem ausgehend mit der STRG und Nrnblock Plus Taste deiner Auswahl erweitern um eins in jede Richtung oder auch wieder mit STRG und Minus zurück machen. Unten links siehst du auch gerade hier, Face Step ist aktiviert, also eben über die Flächen gerechnet. Wenn wir das deaktivieren, machen wir es über die Kanten. Bei der Flächenauswahl wäre es sehr ähnlich, wenn wir die Fläche hier oben haben, können wir alle benachbarten Flächen mit STRG und Nrnblock Plus aufnehmen oder eben mit Minus den Schritt wieder rückgängig machen. Alle Auswahlmöglichkeiten findest du auch hier oben im Select Menü, was im Edit Mode ebenfalls möglich ist, genau wie im Objekt Modus. Du kannst transformieren. Wähl mal mit A alle Vertices, alle Flächen oder alle Kanten aus oder hast du hier links ja Move, Rotate und Scale. Eben die Tasten G für Bewegen, R für Rotieren und S für Skalieren und mit Escape eben abbrechen oder mit Enter bestätigen. Und genau wie im Object Mode gilt auch hier, wenn du hier Sachen nutzt, hast du am unteren Rand des Bildschirms und nochmal die Hotkeys und Tastenkürzel stehen, mit denen du hier arbeiten kannst. In Blender kannst du durch die Kombination passender Auswahlfunktionen sowie eben Transformfunktionen schon sehr viel machen. Und wir wollen jetzt mal diesen Würfel hier in eine Pyramide verwandeln. Wie machen wir das? Wir nehmen zuerst mal Zahlenreihe 3, eben die Flächenauswahl hier oben. Dann klicken wir hier oben diese Fläche an und wollen diese bewegen. Also G drücken, Z-Achse sperren, nach oben gehen und hier einfach mal loslassen. Dann machen wir hier S für Skalieren, ziehen das ein bisschen kleiner hier ungefähr so, drehen uns mit dem Mausrad nach unten, nehmen diese Fläche hier, drehen uns nach oben wieder, scrollen ein bisschen raus und machen S für Skalieren, breiter ziehen und bestätigen durch Linksklick. So einfach geht's. Genau wie im Object Mode gilt hier auch, wenn du einen Fehler machst, einfach mit STRG Z das Ganze rückgängig machen. Jeder Klick in diesen 3D Viewport, jede Auswahl, jeder Arbeitsschritt gilt hierbei als eigene Operation. Also in dem Falle jetzt einmal, zweimal, dreimal, viermal und da ist unser Würfel wieder. Schauen wir uns jetzt ein paar Dinge der Werkzeugleiste auf der linken Seite an. Die kann man nochmal mit T ein- und ausblenden. Und wenn du diese Buttons hier mit Text haben möchtest, einfach auf den rechten Rand der Buttons gehen, beim Doppelfeil hier gedrückt halten mit der Maus und danach links oder rechts bewegen. Und du siehst, so wie es normalerweise aussehen würde, kannst du erweitern, dass hier auch die Texte mit angegeben sind. Manche Funktionen mögen zwar wie Buttons wirken, aber du siehst bei diesen unten rechts hier so ein kleines weißes oder graues Dreieck jeweils. Und das bedeutet, hinter dem Button ist noch ein Menü versteckt. Das öffnet sich, wenn du auf den Button drauf gehst und die linke Maustaste gedrückt hältst. Nutzen wir jetzt die Funktionen aus der Werkzeugleiste, um mal ein einfaches Schwert zu modellieren. Zuerst wollen wir hier den Würfel aber dafür nehmen mit A und über S mit 0.5 als Faktor runter skalieren, um es kleiner zu machen. Jetzt gehen wir hin und nutzen die erste neue Funktion Extrude Region, denn mit Extrude Region können wir Regionen unserer Geometrie erweitern. Und wir starten in der Flächenauswahl eben Zahlenreihe 3 und wir wollen, dass diese Klinge in Richtung der Plus-Y-Achse, also eben entlang der grünen Achse, nach rechts guckt. Wir nehmen diese Fläche hier hinten und dann haben wir hier dieses Gizmo zum Erweitern. Wir können entweder darauf drücken oder einfach mit E das Ganze nutzen, also E für Extrudieren, die Maus ein bisschen bewegen oder einen Wert eintippen, wie zum Beispiel eben 5 für 5 Meter und wir drücken hier auf Enter. Als nächstes wollen wir hingehen und hier die Seiten ebenfalls in diese Richtung bekommen. Und zwar wollen wir die jetzt im Plus-X entlang hier auch erweitern. Also machen wir hier E für Extrudieren, tippen mal die 2 ein oder vielleicht doch eher 1 und drücken Enter. Hier drüben die andere Seite genauso, E 1 Enter und hier hinten machen wir ebenfalls E 1 Enter. Die nächste Funktion, die wir brauchen, ist Loop Cut. Diese erlaubt uns, auf unserem Mesh Schnitt zu machen und zwar rundherum sogenannte Loops, also eben fortlaufende Kanten. Und wenn wir genau schauen, bei Bewegung der Maus finden wir hier diese gelben Kanten, die uns sagen, wo das Ganze gemacht werden würde. Ob jetzt außen drumherum, auf einzelnen Flächen, den Seiten oder eben der Klinge. Und wir wollen es hier vorne bei der Klinge machen. Deswegen draufklicken, dass wir einen Schnitt haben und dann können wir hier unten links im Operation Panel das Ganze konfigurieren. Die Number of Cuts hierbei können wir hoch und runter drehen und wir brauchen jetzt in dem Falle hier eigentlich nur 2 Schnitte. Mehr als das brauchen wir nicht. Als nächstes bedienen wir uns die Skalierungsfunktion. Wir wollen das gesamte Schwert nochmal nehmen, mit A alles auswählen, S für skalieren, Z-Achse für oben und unten. Und das Ganze etwas abflachen, ungefähr so auf die Größe wie hier. Jetzt nutzen wir eine weitere Funktion zur Auswahl von Kanten, die nennt sich in dem Falle Select Loops. Was genau macht die? Wir gehen hier oben auf Select Box zurück und wenn du die Präferenz Emulate 3 Button Maus deaktiviert hast und in der Alt-Taste nicht belegt ist, dann kannst du jetzt mit Alt-Links-Klick in der Kantenauswahl eine Kante anklicken und alle Kanten, die mit dieser Verbunden eben einen Loop ergeben, eben fortlaufend einen Kreis, werden jetzt ausgewählt. Und von hier aus können wir jetzt ein paar Dinge machen, wie zum Beispiel Skalieren. Und zwar Skaliere in der X-Achse ein bisschen breiter hier und das Ganze passt schon so. Dann gehen wir hier nach vorne, nehmen die Flächenauswahl für diese vordere Fläche und machen Skalieren in der X-Achse kleiner zur Mitte hin, ungefähr so. Wir springen nochmal zurück auf die Funktion Extrude Region, denn jetzt wollen wir hier diese oberen vier Flächen mal etwas erweitern. Und zwar wir nehmen mit Shift-Links-Klick hier erst diese, dann diese, dann diese hier und diese hier, drehen uns nach unten und nehmen auch diese vier Flächen in die Auswahl mit und jetzt können wir hierbei E für Extrudieren drücken. Wir drücken direkt Enter und machen hierbei nichts, aber jetzt der Trick, wir nutzen Skalieren mit der Z-Achse nach oben und unten und jetzt gucken wir hier, jetzt können wir das Ganze ein bisschen vergrößern. Und dadurch haben wir hier genau dieses Stück, was wir brauchen, denn die Klinge ist jetzt quasi hier drin eingefahren. Ziemlich cooler Trick, oder? Jetzt fügen wir noch einen weiteren Loop-Cut hinzu und zwar über das komplette Schwert verlaufen. Einfach Steuerung R nutzen und wir sehen hier die gelbe Linie auftauchen, können die platzieren wie vorher und dann auch hier einfach mit Escape abbrechen, dass es in der Mitte sitzt und dann haben wir hier diesen Schnitt. Jetzt wollen wir nur entlang der Klinge, also eben diesen Teil, den wir hier haben, nutzen und einmal einen Weg-Select machen, eben mit Steuerung linksklick von da hinten der Kante bis hier vorne hin, dass wir den kürzesten Pfad finden und dann von dort aus den Weg bis hier unten hin bestreiten. Jetzt können wir mit Skalieren über S und dann der Z-Achse nach oben und nach unten das Ganze ein bisschen vergrößern, ungefähr so. Und wir wollen zugleich hier vorne das ein bisschen realistischer gestalten. Also nehmen wir jetzt hier die Flächenauswahl und diese beiden zusammen und machen hier Skaliere in der Z-Achse nach oben und nach unten, aber deutlich flacher. Jetzt nutzen wir noch die Bevel-Funktion, denn damit können wir Kanten abrunden. Und wir wählen jetzt mal in der Kantenauswahl hier oben diese aus, machen Steuerung linksklick hier unten hin, dann mit Shift-Level nach hier oben diese Kante aus, machen wieder Steuerung linksklick nach da unten, wieder Shift-Linksklick hier oben hin, Steuerung linksklick da unten hin und auch noch hier drüben diese und da unten diese beiden mitnehmen. Und jetzt einfach hier Steuerung und B drücken oder hier links im Menü Bevel auswählen. Und bei diesem Gizmo hier können wir jetzt drauf klicken und wir sehen, je weiter wir ziehen, desto mehr Distanz haben wir hier unter anderem. Und wenn wir mit dem Mausrad nach oben und nach unten werden wir diesen Drehen erhöhen oder verringern wir die Kanten, die hier raus noch entstehen sollen. Wir nehmen mal hierfür zwei Schnitte, machen hierbei Loslassen und dann passt das Ganze auch von der Konfiguration hier so. Jetzt hast du bereits gesehen, wie du mit simplen Funktionen wie Extrudieren, Insetten, Bevel und Loop Cut ein Modell wie ein Schwert bauen kannst. Das ist jetzt nur eine Beispielform, aber es gibt noch viel mehr, was du damit machen kannst. Es gibt aber auch noch weitere Funktionen und eine ganz simple haben wir uns noch gar nicht angeschaut, nämlich Geometrien löschen und einfügen. Und die bekannteste dafür ist, egal ob in der Punkt-, Kanten- oder Flächenauswahl, wähle das aus, was du löschen möchtest. Meinetwegen jetzt diese Fläche hier und drücke X fürs Löschen und du siehst hier verschiedene Optionen. Wenn wir die Vertices löschen, dann werden auch die benachbarten Kanten gelöscht. Wenn wir die Edges löschen, dann werden die benachbarten Faces plus die eigene Fläche aufgelöst. Beim Löschen der Faces hierbei siehst du, ist nur diese Fläche selbst weg. Wie fügen wir diese Fläche wieder überhaupt ein? Und dafür braucht man einen einzigen Hotkey. Beginnen wir mal in der Punktauswahl. Wenn wir in der Punktauswahl sind, können wir hier zwischen zwei Punkten, die wir auswählen mit Shift-Links-Klick, F drücken, um eine Kante einzufügen. Aber wenn wir jetzt drei oder mehr haben, diesen Punkt, diesen hier und den da hinten und wir drücken F fürs Einfügen, dann erzeugen wir automatisch eine neue Fläche. Und das können wir in dem Fall dann nochmal machen. Wir nehmen diesen Punkt, diesen hier oben und den hier hinten und haben wieder hier ein Dreieck. Zwei Dreiecke sind ein Viereck. Und jetzt kommt folgender kleiner Trick. Jetzt nutzen wir diese beiden Flächen und können aus denen wiederum ein Quadrat erzeugen. Wie geht das? Mit der Funktion Trees to Quads, also Dreiecke in Vierecke umwandeln. Finden wir auch hier oben unter dem Face-Menü und wir haben hier dann einmal Trees to Quads mit Alt-J. Machen wir das mal eben, Alt-J und ihr seht, wir haben wieder hier unser Viereck. Wenn wir jetzt einmal alles auswählen vom Schwert und wir drücken die umgekehrte Funktion STRG-T, was in dem Fall heißt Flächen triangulieren, dann haben wir überall Dreiecke in unserem Mesh. Und mit Alt-J können wir das wiederum rückgängig machen. Aber ihr seht nur an manchen Stellen, denn was Triangulate Faces und Trees to Quads gemeinsam haben, sie versuchen N-Gons, also Flächen mit mehr als vier Punkten in Dreiecke umzuwandeln und dann wieder zurück in Vierecke zu verwandeln. Aber Flächen wie diese hier rechts, wo wir jetzt gerade eine Fläche hatten, mit insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Punkten, die wurde jetzt behandelt als Dreiecke, weil das für eine gewisse Technik, wie wir noch im Laufe der Serie lernen werden, wichtig ist. Viel Ecke, N-Ecke, die möchte man vermeiden. Und dafür kann uns auch noch eine Funktion helfen aus der Werkzeugleiste, nämlich das Knife-Tool. Das ist eben ein Messer zum Schneiden. Wir haben jetzt zum Beispiel hier eine Kante so rum erzeugt bekommen, weil das hier auch ein N-Gon war. Aber wenn wir jetzt hier oben diesen Punkt nehmen, von dem hier ausgehen, und wir klicken mal hier nach unten auf diesen Vertex unter anderem und mit Enter bestätigen. Jetzt haben wir einen Schnitt gemacht von da oben, von einem Punkt zum anderen. Und unten drunter genau dasselbe nochmal hier von diesem Punkt schneiden auf diesen Punkt und hier Enter bestätigen. Wir können die Flächen hier wieder auswählen und du siehst auch hier, das Ganze ist jetzt wieder korrekt auswählbar. Jetzt hast du wirklich alle Grundlagen, die du brauchst, um mit Objekten umzugehen. Und wenn du weitere Funktionen suchst, ist die Suchliste mit F3 eben mit der Namenssuche verfügbar und du hast hier oben das Vertex, Edge und Face-Menü. Auch bekannt als STRG-V für das Vertex-Menü, STRG-E für das Edge-Menü und STRG-F für das Face-Menü. Das sind eben diese drei Dropdowns hier oben. Und das war's auch schon für diese Folge. Jetzt weißt du, wo du die Funktionen findest, wie du sie anwenden kannst und was sie vor allem machen. War das Video hilfreich? Wenn ja, lass gerne einen Like da, abonniere, wenn du mehr sehen möchtest und Fragen und Feedback zum Video gerne in die Kommentare schreiben. Sag mir gerne mal, was du mit diesen Funktionen als erstes in Blender baust, wenn du gerade es frisch am Lernen bist. Ich bin sehr gespannt und sonst schick mir auch gerne irgendwie einen Link oder sonst was, um dir dein Bild zu zeigen. Gerne auch im Discord, Link in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.